Welchen der Steine du hebst, du entblößt, die des Schutzes der Steine bedürfen, nackt erneuern sie nun die Verflechtung. Welchen der Bäume du fällst, du zimmerst die Bettstadt, darauf die Seelen sich abermals stauen, als schütterte nicht auch dieser Äon. Welches der Worte du sprichst, du dankst dem Verderben. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020